Bei mir habe ich wieder mal Patrick Lindner bei uns bei Radio Melodie zu Gast. Immer wieder gern gesehen in der Schweiz und auch, glaube ich, habe ich das Gefühl, auch gerne in der Schweiz. Ja, ganz genau. Nein, also gerade heute, wenn die Sonne so schön scheint draußen, ja, ich bin immer wieder gerne hier. Und diesmal mit einem brandneuen Album. Ich feiere die Zeit. Feiern, 30 Jahre feiern. Ja, genau daraufhin ist es ausgerichtet. Ich habe dieses Jahr mein 30-jähriges Bühnenjubiläum. Und ja, da haben wir uns diesen Titel dann ausgesucht. Ich feiere die Zeit. Ist ja auch eine schöne Geschichte zu feiern. Und es ist ein tolles Album geworden. Ein sehr, sehr modernes Album auch zum Teil. Es gibt den herkömmlichen Schlager drauf, so wie man ihn einfach kennt, auch von mir seit Jahren. Aber wir haben auch so ein paar Songs drauf, die also wirklich so richtig schön tanzbar sind. Und so wie der Schlager heute auch so ein bisschen moderner daherkommen sollte, so ist eben auch die aktuelle Single, die ja auch bei euch schon in der Hitparade ist. Und die auch bei uns in Deutschland sehr, sehr gut ankommt. Mit zum Teil irgendwie neuen Sounds auch, oder? Also Musik ist ja gleich, die Melodien sind gleich, wie man sich von dir gewohnt ist. Aber die Sounds sind zum Teil schon deutlich moderner geworden, habe ich den Eindruck? Ja, ich habe da bei der Sache mit ganz jungen Autoren zusammengearbeitet aus Deutschland. Und der Tommi Mustatsch, der ja mein Produzent ist, hier aus der Schweiz stammend, der hat das dann ins richtige Kleid gepackt, sage ich mal. Und ja, es ist ein sehr moderner Sound, aber ich finde ihn sehr, sehr gut. Also ich denke mal, dass es gerade in der heutigen Zeit natürlich, wo viele junge Leute wieder den Schlager sehr, sehr gerne haben und auch in den Diskotheken der Schlager gespielt wird, wo er natürlich auch schön tanzbar sein muss, passt dieser Titel natürlich genau rein. Hast du denn schon einige von den Titeln ausprobiert jetzt auf der Bühne? Nur den jetzt eigentlich. Also die anderen, die werden jetzt demnächst ausprobiert. Es gibt eine große Release Party in München, wo praktisch dann das ganze Album vorgestellt wird. Und ja, da gibt es dann natürlich einige neue Songs auch auf der Bühne eben. Wenn wir jetzt 30 Jahre zurückblicken, so zum kleinen Tür, die kleine Tür zum Paradies. Damals ja nur, nur zweiter Platz beim Grand Prix, aber wahrscheinlich der deutlich erfolgreichere Titel. Ja gut, also es war ja nur ein Punkt Unterschied. Und Stefan Mross, der damals den ersten Platz belegt hat, der war natürlich als Vokalist der erste Platz. Also als Instrumentalist und ich als Vokalist wurde dann wahrscheinlich auch vom Publikum so als genauso erster Platz angesehen. Also zumindest hat es sich so angefühlt und was dabei dann entstanden ist, im Nachhinein muss man auch sagen, war genauso wie wenn ich jetzt den ersten Platz belegt hätte. Also es war für uns beide ein riesengroßer Erfolg. Und ja, wenn man überlegt, das war vor 30 Jahren für uns in Deutschland ein sehr geschichtsträchtiges Jahr. Und für mich gar nicht so bewusst in dem Moment, als ich mit meinem Titel schon sehr erfolgreich war, dass diese kleine Tür zum Paradies eben so ein großes Symbol werden würde in diesem Jahr. Und auch das ist etwas, wo man darauf zurückblickt und auch sagt, Mensch, Wahnsinn, wie das alles irgendwie damals begann. Es war schon eine sehr rasante Zeit und in diesen 30 Jahren ist natürlich unheimlich viel passiert. Ich bin unheimlich dankbar dafür und wirklich auch voller Demut, dass ich sage, ich finde es heute noch so toll, dass ich einen der größten Fanclubs hier in der Schweiz auch habe und dass so viele Schweizer mit mir quasi diese drei Jahrzehnte gegangen sind und mich unterstützt haben und mir immer wieder irgendwie auch sagten, dass sie meine Musik toll finden. Das ist natürlich eine große Auszeichnung und darüber bin ich sehr, sehr froh. Du hast gesagt, du arbeitest aktuell mit recht jungen Leuten zusammen. Ist das anders als damals früher? Das waren ja auch gestandene, so Jean-Frankfurter und Irma Holder waren damals so deine Hauskomponisten und Produzenten. Ist das heute anders, mit denen zu arbeiten? Ja gut, ich meine, das ist so, dass sich da eigentlich vieles heute viel lockerer aufgetan hat. Ich kann mich erinnern, als ich mit Jean-Frankfurter zum Beispiel arbeitete, war es ähnlich wie wenn man jetzt bei Siegel war, dass man quasi eine ganze Produktion mit einem Produzenten dann eben auch gemacht hat, der dann quasi geschrieben hat und auch produziert hat. Da gab es das nicht, dass man eben verschiedene Leute hatte, mit denen man arbeitete. Heute hat sich das also sehr, sehr verändert, in der Hinsicht, dass man natürlich schon, nachdem das letzte Album erschienen ist und wenn man quasi fertig ist mit dem Album, dass man schon wieder anfängt, eben neue Titel zu suchen und eben auszusortieren. Und da gibt es natürlich unterschiedlichste Leute, mit denen man dann eben zusammenarbeitet. Und da hat sich natürlich jetzt in den letzten Jahren eine ganz tolle Gruppe an jungen Leuten gebildet, die eben auch tolle Lieder machen und die natürlich heute eine andere Handschrift auch tragen. Was mich sehr freut, bei diesem Album jetzt zum Beispiel, dass es wirklich viele junge Schreiber waren, viele junge Autoren, die geschrieben haben, aber auf der anderen Seite, und da schließt sich dann der Kreis wieder in diesen 30 Jahren, habe ich auf dem Album eben den allerletzten Titel, den Irma Holder getextet hat. Und sie hatte damals immer schon zu mir gesagt, Mensch, also mein letztes Lied, das möchte ich gern für dich schreiben. Und tatsächlich ist es jetzt so gekommen, ich meine, die Irma, ihr geht's gut und sie ist mittlerweile fast Mitte 90. Also sie hat jetzt natürlich längere Zeit schon aufgehört zu arbeiten und hat sich da nochmal hingesetzt und hat mir eben einen Text geschrieben. Und das ist natürlich für mich so eine ganz besondere Auszeichnung gewesen. Und das rundet natürlich dieses Album jetzt total schön ab, dass ich eben von ihr auch nochmal ein Lied auf diesem Album habe. Freundschaften, die ewig bleiben. Ja gut, sie dauern jetzt natürlich, also die mit Irma dauert über 30 Jahre an und das ist natürlich schon eine gewaltige Zeit. Das ist schön, das bindet einen und das schweißt einen zusammen. Und da bin ich wirklich auch sehr glücklich drüber. Also wir besuchen sie heute noch oft, wenn wir irgendwie auf der Strecke sind. Sie lebt ja immer noch im Schwäbischen, wo sie ja zu Hause war. Und deswegen, wenn wir uns, wenn wir vorbeifahren, dann halten wir natürlich an und besuchen sie. Und das freut sie immer sehr, ja. Was sich in den letzten 30 Jahren natürlich stark geändert hat, ist der Platten, der CD-Verkauf. Das ist heute praktisch zusammengebrochen und wird nur noch digital gemacht. Wie haben deine Fans da mitgemacht? Sind die auch jetzt modern und digital geworden? Oder kaufen die immer noch viele CDs? Ja, ich sage jetzt mal, die Fans an sich, die wollen schon noch irgendwo die CD in der Hand haben. Die muss auch daheim im Regal stehen. Es gibt natürlich auch bei uns, dieses Download-Geschäft ist natürlich auch ganz wichtig geworden. Also man kann das nicht von der Hand streichen. Es ist natürlich so, dass natürlich durch diese ganzen Streaming-Dienste heute und durch diese Downloads, dass es halt so ist, dass man es gar nicht mehr so richtig kontrollieren kann in dem Sinne, dass man genau weiß jetzt auch als Künstler, wie sind jetzt die Abverkäufe. Musik ist leider Gottes in meinen Augen so ein bisschen ein Wegwerfprodukt geworden, sage ich mal. Es hat nicht mehr diesen Stellenwert. Und das ist natürlich auch für viele junge Künstler heute eine schwierige Situation, um sich so ein bisschen auch irgendwo beim Publikum einen festen Stand zu erarbeiten. Es ist so, dass natürlich viele, es gibt viele YouTube-Stars heute, die dann in kürzester Zeit vielleicht auch schon wieder verschwunden sind. Also so dieses, ja wie soll man sagen, dieses Evergreen-haftes, so wie es eben damals der Fall war, dass man dann eben Lieder drei Jahrzehnte kannte oder fünf Jahrzehnte oder noch länger. Ich glaube, das wird irgendwann Geschichte sein. Was auch moderner oder stark gekommen ist, sind natürlich die Videos. Auf die Videos kann man eigentlich nicht mehr verzichten, oder? Wenn man neue Titel macht, neues Album macht. Ja, das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Sache. Viele verlangen heute ein bewegtes Bild mit Musik. Da muss man natürlich auch dazu sagen, dass es heute viel, viel einfacher und auch günstiger geworden ist, so ein Musikvideo herzustellen. Ich kann mich erinnern, dass es früher also wirklich total aufwendig war und auch sehr, sehr teuer. Man musste dann die ersten Videos, die es dann so gab, Ja, die hat man dann für, bei uns für über 70, 80 Mark damals verkauft oder dann eben auch noch Euros. Das ist heute so, dass quasi die CD, die DVD ist nicht teurer wie die CD. Und viele machen das natürlich schon irgendwie im Paket heute, dass es also irgendwie so eine Fangeschichte gibt. Und auch bei mir wird es jetzt eben zum neuen Album hin auch eine DVD geben, weil es einfach wahnsinnig verlangt wird. Die Leute wollen das dann irgendwie auch visuell erleben. Gibt es denn so Lieblingsschauplätze, wo du gerne, besonders gerne Video drehst? Ja gut, jetzt ist es natürlich so, dass wenn dann so ein Album fertig wird, das war jetzt bei uns zum Beispiel eben wieder eher dann im Frühjahr oder am Anfang des Jahres, da muss man dann schon schauen, wo kann man dann eben so ein Video drehen, dass man nicht irgendwie jetzt im Schnee oder im schlechten Wetter drehen muss. Das ist natürlich nicht so ganz einfach. Lieblingsschauplätze gibt es da natürlich. Also ich hätte jetzt am liebsten irgendwie auch zu Hause gedreht, weil wir ja selber irgendwie auch eine schöne Heimat haben. Aber das war halt einfach wettertechnisch nicht möglich. Wir haben also auf Lanzarote gedreht. Und auch da war es so, dass die Wetterbeständigkeit also nicht mehr so gesichert ist. Es war ziemlich kalt. Die Sonne hat zwar gescheint und du merkst es ja dann bei den Bildern jetzt nicht, wie kalt es ist. Aber es hat natürlich gepasst. Wenn es trocken ist, wenn die Sonne scheint, dann gibt es natürlich schöne Bilder. Und das war dann schon ganz gut für uns. Letztes Jahr konntest du zusammen mit Niki sehr große Erfolge feiern mit den beiden Duetts, die ihr hattet. Und ihr hattet, glaube ich, auch riesen Spaß dabei. Ja, das stimmt. Also wir kennen uns natürlich auch schon eben diese drei Jahrzehnte. Ich habe Niki damals gleich am Anfang meiner Karriere kennengelernt. Wir waren bei der gleichen Plattenfirma damals. Und so haben uns die Wege immer wieder irgendwie gekreuzt. Ja, und irgendwann jetzt vor einiger Zeit habe ich mir gedacht, Mensch, ich bräuchte eine Duettpartnerin für einen Song. Baby Wolle Woo war es dann im Endeffekt. Und ja, dann haben wir so hin und her überlegt. Und ja, dann fiel uns eben Niki ein und dann haben wir gesagt, ja, wir fragen sie einfach mal, weil sie sich ja so ein bisschen zurückgezogen hatte. Und es hat nicht lange gedauert, dann hat sie also zugesagt. Und ja, und dann kam eins zum anderen. Wir hatten wirklich einen Riesenspaß. Erstens mal schon im Studio und dann eben auch bei dem Videodreh. Und das hat uns auch eben dazu gebracht, dass wir jetzt auf dem neuen Album von mir, dass wir da auch wieder einen Song uns ausgesucht haben, den wir also gemeinsam als Duett singen. Ein ganz bekannter Song, der also einfach so richtig gute Laune macht. Und der für mich also wirklich auch so ein absoluter Lieblingssong auf dem Album geworden ist, nämlich How Do You Do. Also das kennt wahrscheinlich jeder noch. Und ist halt da so ein richtiger Mitmachschlager auch zum Tanzen und so. Und gerade eben mit Niki und mir irgendwie so im Duett ganz besonders witzig einfach auch geworden. 30 Jahre auf der Bühne. Gibt es da großes Jubiläumsfest oder sowas? Ja, wir haben jetzt das große Fanclubtreffen. Wir hatten eine wunderbare Kreuzfahrt, die wir dieses Jahr schon gemacht haben. Es gibt natürlich so ein paar Punkte, wo man wirklich sagen kann, da wird gefeiert. Und ja, das findet dann eben auch im Kreise der Fans natürlich statt. Mit dem Fanclubtreffen, dem Alljährlichen und auch die Kreuzfahrt, die ging also rund um den italienischen Stiefel. Ich bin also ein unheimlicher Italien-Freak und Fan. Und so durfte ich mir diese Reise aussuchen. Und wir sind dann von Nizza aus sind wir nach Venedig gefahren. Und das war wunderschön. Also wir hatten wirklich tolle Tage. Ja, und darüber hinaus gibt es natürlich jetzt ganz viel Fernsehen dann demnächst auch zum Erscheinen des neuen Albums. Und ja, da gibt es noch einige Gelegenheiten zum Feiern dann, ja. Wenn man noch mehr über dich erfahren möchte, online gibt es einiges zu sehen, zu lesen. Ja, ich habe ja alles eigentlich immer am Laufenden, also auch auf meiner Seite www.patrick-lindner.de. Da kann man eigentlich alles erfahren. Da gibt es die neuesten Termine. Da stehen auch schon die Termine für die Tournee, die im Herbst beginnen wird. Wir fangen ja an, an meinem Geburtstag quasi, ja. Da haben wir Premiere in Siegen, in der Siegerlandhalle. Und dann geht es, ich denke mal, dass wir mittlerweile 70 Termine haben, wo wir also unterwegs sind. Es sind einige liebe Kollegen dabei und Kolleginnen wie eben meine Mentorin, die mich damals schon in der allerersten Stunde an die Hand genommen hat, Irene Scheer. Da freue ich mich ganz besonders, dass es zum Jubiläum jetzt gepasst hat wieder, dass wir zusammen unterwegs sind. Gigi Anderson wird dabei sein. Also es gibt eine richtig tolle Schlagersause. Die führt uns dann, ja, bis nächstes Jahr in den Mai hinein, gibt es dann die Termine auf dieser Schlager-Tournee. Sind auch Termine in der Schweiz geplant? Ich weiß es nicht. Es kommen noch einige dazu, wie ich jetzt erfahren habe vom Tourneeveranstalter. Und in der Schweiz gibt es aber jetzt, glaube ich, im September einen Termin, den ich aber euch dann noch bekannt geben kann. Und da würde sich natürlich auch das ins Jubiläumsjahr total gut, würde das reinpassen. Und ich freue mich natürlich immer wieder, wenn es einen Schweizer Termin gibt. Ja, aber wie gesagt, jetzt im September dieses Jahr wird es soweit sein. Außer tourlich nicht von der Tournee her. Vielleicht klappt es ja auch, dass wir dann mit der Tour auch noch in der Schweiz sind. Das würde uns riesig freuen. Patrick, danke vielmals, dass du bei uns vorbeigekommen bist. Und weiterhin alles Gute. Vielen Dank, Werner. Danke für die Einladung. Und herzliche Grüße an alle, die uns zuhören und zuschauen. Vielen Dank.